Hallo liebe Biker und Outdoorfreunde, hier sind wieder die Jungs von Seven Leg Riders und wir haben heute den Purist Pro Gepäckträger Rucksack von RetroBaden für euch am Start. Diesem werden wir einen Praxistest unterziehen und ein paar extreme Sachen machen, die man so im Alltag nicht machen würde. Das war quasi ein Extremtest, um euch zu zeigen, wie hochwertig dieser Rucksack verarbeitet wurde. Das war's für heute, wie hochwertig dieser Rucksack von RetroBaden für euch am Start. Hallo zurück, wir haben den Purist Pro Gepäckträger Rucksack von RetroBarn jetzt ausgiebig getestet. Er hat gehalten, er ist heil geblieben, damit haben wir bewiesen, er wurde sehr hochwertig verarbeitet. Qualität made in Germany. . 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 Vielen Dank.